Du bist auf den verschiedensten Laufuntergründen vom harten Asphalt bis zum weichen Waldboden unterwegs? Dann solltest du den Parklo 275 von Innovate mal genauer unter die Lupe nehmen. Er ist ein vielseitiger und neutraler Laufschuh, der dich von der Haustür bis ins Gelände auf die anspruchvollen Trails begleitet. Dafür bietet er nicht nur eine aggressive Außensohle, die das Grip-Level abseits befestigter Wege erhöht, sondern auch einen Aufbau mit 8mm Sprengung, der die natürliche Abrollbewegung unterstützt. Dämpfungstechnisch ist der Schuh mit seiner Powerflow Plus Zwischensohle gut ausgerüstet, um dir auch auf längeren Strecken einen angemessenen Komfort zu bieten. Hier spielt auch das Obermaterial eine wichtige Rolle. Das Mesh-Obermaterial ist natürlich atmungsaktiv. Es lässt sich dank des Schnürsystems individuell an deine Füße anpassen, während die auflaminierten Überzüge die Stabilität und den Schutz verbessern. Mit seinen funktionellen Eigenschaften ist der Innovate Park Chlor 275 ein flexibler und dynamischer Begleiter für all deine Laufeinheiten. Egal ob auf der Straße oder auf den Trails, ob mit oder ohne Gore-Tex-Membran. Er wartet auf dich in deiner Runners Point Filiale oder auf Runners Point.